wie lang ist das her dass ich ein essensvideo gemacht habe ich hab das total verplant digga aber egal ist auch egal reden wir heute mal nicht über wichsen über diese oberweiten oder so heute reden wir mal richtig krass über schokolade freunde über schweizer schokolade ich habe mir einmal hier ganz krass swissly zartli geholt ich weiß auch nicht kommt aus der schweiz schnell aber richtig krass schmecken und das ist richtige schweizer schokolade das ist nicht so zwei euro schokolade aus netto das ist richtige marken schokolade aus der schweiz wir machen das jetzt noch mal das geht richtig rein weil die kakaobohnen wie riecht man das ist richtig original schweizer schokolade leute dass ich muss das aufmachen noch mal wissen dass da drin ist lecker lecker ich habe wieder meine fingernägel gegessen ich habe alle ja es hört sieht das video nicht sonst merke der bürger du isst deine fingernägel bruder dann esse ich halt meine fingernägel was los mit dir besser sehen dazu du weißt schon was ich probiere noch mal eins nur für euch schmeckt nicht schlecht wird man damit dick so sieht es aus lecker nicht zu lang aber auch nicht zu breit weiß man genau passend wir haben das genau passend gemacht genau damit niemand das ausnutzen kann weiß das mal für andere dumme zwecke genau passend einer längsten pralinen die ich in meinem leben gegessen habe kann ich echt weiter empfehlen es wisst ihr zarten ist der preis ist ein bisschen zu überteuert also muss man sagen aber ansonsten kann man sich das auf jeden fall geben fünf stück und wird an eurer stelle mal auch probieren was sie bis jetzt gegessen habe ein schokoladebruder das ist endlevel richtig geil aber kann nur gut vorstellen und das ist auch richtig dick machen wir sind hier keine kleinen kinder zu übergewicht anregen also kann nur noch mal erzählen das ist mir schokolade mit pralinen füllung und hasenuss stückchen kakao 32 prozent 32 prozent das ist echt viel 32 prozent kakao kein wund das ist so heftig wie weil bei anderen ist immer nur 10 oder 15 prozent drin ja kein wunder deswegen ist es so teuer gewesen 32 prozent ab jetzt kaufe ich immer aus der schweiz aus der schweiz rikola das war es dann erstmal von meiner seite auf überschrift heißt lecker lecker oh mein gott es tut mir so leid dass ich diesen jungen noch aber muss muss bruder irgendjemand muss es ja machen ich hoffe euch hat das video spaß gemacht bis zum nächsten mal euer okay okay it's back to the business finder